guten morgen heute starte ich aus einer halben position ich hatte gestern meine haare selber geschnitten vor frust das kennen wir wahrscheinlich alle wenn wir frauen frust haben dann schneiden wir uns gerne mal die haare und damit ihr euch nicht erschreckt wollte ich euch jetzt hier vor waren und ich zeige euch das jetzt einfach mal es ist nichts weltbewegendes wie ihr sehen könnt habe ich ja hier noch haare es ist ein pony geworden ich habe euch schon mal gesagt dass ich also ich habe schon voll lange überlegt mir ein zu schneiden weil mir das so auf den keks ging ich hatte immer zopf immer zopf weil mit meine haare die nerven mich einfach wenn ich hier haushalt mache oder so und ich dann so mich bücke oder so dann fallen immer meine haare ins gesicht und das nervt und deswegen war die konsequenz immer dass ich ein zopf habe und das nervt mich aber auch weil immer diesen hausfrauen dutt ist doch auch doof und deswegen gestern das video von gestern was ihr gesehen habt das hat ganz abrupt aufgehört weil ich hatte voll stress hier mit dem laptop da der ging mir so auf den keks entschuldigung mit dem speicherplatz und so weil und am ende habe ich das video dann so gelassen so ohne verabschiedung und so weil ich habe es einfach nicht hinbekommen und dann war ich so genervt und dann war ich in der badewanne weil ich wieder so übungswehen hatte jetzt machst du dir einfach ein pony du machst das jetzt einfach ja und ich muss jetzt erst mal wieder so reinkommen mit dem steilen und so und dann müsste ich auch noch ein paar fransen abschneiden und so aber ich bin eigentlich ganz zufrieden weil ich habe jetzt schon den ganzen morgen die haare offen und das wäre mir eigentlich jetzt nicht passiert schon lange zeit sonst habe ich immer ein zopf das seht ihr auch in allen blogs ich blogge jeden tag also 90 prozent meiner tage blogge ich und ich habe immer ein zopf ja und auch wenn ich jetzt ein zopf macht dann hat man wenigstens noch etwas frisur so habe ich gedacht mal schauen vielleicht bereue ich das auch irgendwann aber ich weiß es noch nicht im moment fühle ich mich noch gut damit und deswegen habe ich es gemacht ja jetzt ist es so ich filme jetzt auch mit der kamera und hoffe dass wenn der bernd gleich kommt dass er mir den laptop fertig macht also der geht es hat nur voller speicher also der speicher ist voll und ich bekomme das nicht gelöscht ich bin zu doof dafür natürlich wie zu vielen und deswegen hoffe ich dass der bernd mich dann nachher retten kann heute ist freitag aber ich liebe freitag hier bis das war das ist so kurz vorm wochenende und ich war schon etwas fleißig ich habe hier von unserem staubsauger roboter die ganzen sachen alle ausgewaschen die trocknen jetzt dann freitags sauge ich mit diesem sauber hier den kennt ihr auch also ist jetzt halt nicht der sauber das nur der aufsatz denn heute wird manuell gesaugt alles alle ritzen und so wo ist denn das murphy ich dachte der liegt hier der ist in seiner kiste mein bist du er mag seine kiste hat er seine ruhe so wo ist der sauger achten habe ich da oben hingestellt wir müssen wir immer noch an der wand anbringen ja zum laden können dann nehme ich jetzt hier alle decken absaugt das sofa ab und unter das sofa da geht der der roboter nicht drunter genauso wie unter diese schränke überall da geht er nicht drunter und deswegen mache ich das jetzt manuell seit wochen habe ich diese decke hier liegen auf der couch und ihr seht glaube ich schon den unterschieden hier ist es halt noch total so fusselig ja die hat meine mama gestrickt also ich mag diese decke wirklich sehr gut das ist eine laufmasche da kann ich jetzt so nichts von ändern außer die zur anderen seite ziehen aber ich mag die decke sehr aber das sieht halt total usselig aus wenn das so ja seht ihr selber und hier habe ich jetzt schon mal grob mit diesem fussel rasierer gemacht schaut mal wie viele fussel der schon abrasiert hat ich habe euch den schon mal verlinkt ne und einige von euch haben auch geschrieben dass sie den haben und oder auch einen haben und total zufrieden sind und wenn ich hier gleich noch mal drüber geht dann ist sie ja wie neu und ich finde das total faszinierend ich bin so froh dass wir uns den geholt haben für kleines geld und dann habe ich diese decke von meiner mama wieder schön fertig und kann sie hier nutzen so Die Hose? Kann ich machen. Smuffy hat Komplimente bekommen. Er ist so süß, hat jemand geschrieben. Ich weiß, um 10 Uhr hat Besuch vom Freund, Übernachtungsbesuch und mein Mann ist gerade wieder fleißig und verwöhnt. Schaut ihn euch an. Er sagte immer, ich soll die Beine hochlegen. Wir waren spazieren und dann habe ich immer so Wehen gekriegt, so Übungswehen oder Senkwehen vielleicht auch schon. Keine Ahnung. Die haben sich teilweise echt anders angefühlt. Ja, und dann habe ich mich gerade aufs Sofa gelegt und jetzt gibt es gleich Currywurst Pommes. Da habe ich schon seit Tagen Hunger drauf. Seit Wochen, ne? Seitdem deine Eltern gesagt haben, die haben Currywurst Pommes gegessen. Dann wollte dein Papa mir eine, also ich bringe dir eine vorbei, eine Currywurst. Mit Pommes, ja. Ich muss jetzt gleich die Soße machen. Das ist ein ganz kompliziertes Rezept, die Currysoße. Dafür brauchen wir diesen wundervollen Ketchup. Wasser. Ne, Wasser gar nicht. Normalen Ketchup noch, ne? Normalen Ketchup. Haben wir noch Heeler hier? Okay, dann hole ich mal eben noch anderen Ketchup. Ja, und dann immer Paprika und Currypulver mache ich da noch rein. Dann kann ich die auch direkt ausmachen hier. Weiße Wäsche. Gewaschen und getrocknet. So, da ist noch Heeler. Curry scharf. Nehme ich mal den, den Delikaten. Äh, den Curry nur. Ja, der ist ja delikat. Ohne scharf. Da. Genau. So, so, so. Du musst dein Höschen wieder hochziehen. Danke. Magst du hier einmal gleich ein bisschen Wasser reinmachen? Wie viel Soße soll ich denn machen? Genau so viel wir brauchen, das ist immer schwierig abzusehen. Wie viel Soße soll ich denn machen? Das ist immer schwierig abzusehen. So, Tomatenketchup. Das hier. Kurkuma. Hier müsste Curry sein. Ja, das wäre komisch. Das stimmt wohl. Aber ich dachte, du hast die schon angemacht. Hätte ja sein können. Paprika. So. Und rühren. Rühren, rühren, rühren. So, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Und der Bernd wollte heute noch eine Käsesuppe machen. Ich habe mich gerade total verschluckt. Und deswegen muss ich noch ein bisschen husten. So. Na, für die Käsesuppe brauchen wir gleich Porree. Hier, das reicht doch, oder? Das sind zwei Lauchstangen. Ja. Reicht nicht? Ja. Neun, drei bis vier. Und Hackfleisch. Ja. Hier ist schon mal das Hackfleisch für. Und dann die Nuggets und Schnitzel auch, oder nur Nuggets? Das sind die von der Firma aus dem Kaufland abgelaufen. Zehnten sind die abgelaufen. Was haben wir heute? Den 27.11. Und die sind abgelaufen am 6.11. Die sind ja noch frisch quasi. Warten auf. Freigabe für Zoom-Meeting. Geburtsvorbereitungskurs. Ach, hast du mir jetzt die Fotos vom Etty geschickt? Ja. Hat man fotografiert gerade mit seiner neuen Handykamera. Probiert er aus. Hm? Ich bin stark schwer belastet. Ja, die macht echt schöne Fotos. Oder? Vom Smurfing. Oh mein Blitz. Da ist er, der Etty. Und das flackert, das Bild. Ja, das haben wir original. Das ist die Originalzeile. Oh, ich muss aufhören. Der Kurs fängt an. Jetzt seh ich total verwimmelt aus. Egal. Egal, egal, egal. So. Heute war Thema Schmerzlinderung. Und ähm. Oh mein Gott. Fandst du das interessant, Bernd? Bitte? Fandst du das Thema interessant heute? Nein. Wo ist dein Wasser? Ja. Ja. Steht auf dem Tisch. Hinter deinem Korb. Ich hab mir grad Wasser gemacht und Bernd bringt's mir mit, weil ich hab's vergessen in meiner klugen Klugheit. So. Was sind wir hier? Das ist Filet. Filetfleisch. Was macht ihr reagiert auf einen glibberigen Pilz? Auf was? Wie reagiert er auf einen was? Einen glibberigen Pilz. Einen glibberigen Pilz? Aus der Käsesuppe. So einen eingekochten Pilz. Ist er abgekühlt oder? Der hat den Eiswasser verlegt jetzt eine Minute. In mein Trinkwasser? Ja. Der findet den geil den Pilz. Er weiß nicht, der findet Wasser. Ja, von innen ist er noch heiß, sagbar, aber er würde ihn trotzdem fressen, er frisst alles. Ja, jedenfalls war er heute Thema. Die ganzen Schmerzmittelmöglichkeiten unter der Geburt, im Geburtshaus hat man ja nicht viele Möglichkeiten, so Buscopan-Zäpfchen, oder Buscopan-Zäpfchen, und hat so gesagt in den Popo, weil sie hatte auch schon mal erlebt, dass eine Frau sich das Vaginal eingeführt hat, und dann hat das nicht geholfen. Ja, was weiß ich, vielleicht unter der Geburt hat sie Schmerzen, keine Ahnung, man weiß es nicht, aber es hat halt nicht geholfen. Ja. Ja. Und was war noch? Ja, so leichte Schmerzmittel haben die halt auch im Geburtshaus, aber PDA oder sowas, dafür muss man natürlich ins Krankenhaus. und dann haben wir Pressen geübt, also ohne Pressen, nur Luft anhalten. Ja, das war's und nächste Woche ist schon das letzte Mal der Kurs. In sechs Wochen kommt das Baby. Oder sieben. Oder fünf. Ja, man weiß es nicht so, aber Termin ist halt in sechs Wochen, unglaublich. Nach mir kommt es wirklich. Und das ist so schlimm, weil ich wollte ja unbedingt, unbedingt nochmal schwanger sein. Ich wollte es unbedingt, unbedingt genießen, wenn ich nochmal schwanger bin. Und jetzt fühle ich mich so schlecht. Und ich fühle mich schlecht, weil ich mich schlecht fühle, weil ich das nicht genießen kann. So voll doof. Schlechtes Gewissen. Und wer weiß, ob ich nochmal schwanger bin. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich das spüren darf im Bauch. Du darfst das nie spüren. Und weil, du hast immer gesagt, dass du dir das voll schlimm vorstellst, wenn sich das... Ne, dass sich sowas bewegt im Bauch und so. Ja, und seitdem du das gesagt hast... Du bist immer an allem schuld. Komm her, ich bin ein Pilz. Bitte? Komm her, ich bin ein Pilz. Ich möchte keinen Pilz. Ich mag diese eingelegten Pilze nicht. Komm her. Smurphy, komm her. Lass Hähnchen mal in Ruhe futtern. Komm her. Oh. Die hab ich anguckt. Jetzt kommst du, ne? Jetzt wär doch neugierig geworden. Ja gut, meine Lieben. Ich werd das Video jetzt hier beenden. Unseren super Vlog. Vlog, ihr Vlog. Vlog, ihr Vlog. Smurphy. Sag mal tschüss. Sag mal bis morgen. Puff. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Gus.